Moin Moin Heute kommt auf jeden Fall das Video mit dem Verdichten Weil letztes Mal hat er mir meinen PS4 nicht richtig aufgenommen Dafür schon mal ein Sorry Aber jetzt haben wir sehr viel in unserem Silo drin Und das wird auf jeden Fall ein etwas längeres Video mit Verdichten So und ich werde heute striegeln mal wieder Wundert euch nicht, dass ich denselben Trecker hab Weil ich finde den einfach die perfekte Größe Für striegeln und ja dann würde ich sagen legen wir los Wozu das Wozu das Striegeln ist das bisher auch aus dem letzten Video wenn ihr das kennt Und ja Ja Und das nächste kommt auf Ich werde das nächste Video mit wahrscheinlich ein Video mit dem Vorstück schon Okay Falls ihr einen Verkunft ist Ich denke mal, ich glaube, wir verkaufen unseren Schriegel wieder, denn der ist ganz schön Ein großes reichen immer kleiner, weil so groß, den brauchen wir gar nicht. Leute, nicht wundern, wenn bei mir die ganze Zeit angezeigt wird, wer online ist, sorry, dafür kann ich jetzt auch nichts, ich versuche es mal wieder auszustellen, kann ich euch nicht versprechen, da ich muss nochmal gucken, wie ich das machen kann. Aber ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm für euch, bitte edit diese Leute nicht, denn sie wollen bestimmt nicht, dass ihr sie editet, weil... Ich würde es euch auch nicht empfehlen, weil wir wollen halt keinen Ärger kriegen, dass ihr die anderen editet, ohne dass ihr sie fragt und ja... Sorry, dass ich jetzt auch wieder eine Einladung habe. Von Jannis wieder. So. 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 was drin sein ja aber das kommt ja auch nur wenn ich mich alle zwei Minuten alle fünf Minuten oder so nach Wäschern hoffentlich nicht passieren man darf ja nicht mal Radio und dann sollen sie den Liedern halt keinen Namen geben ne ich muss erst mal zu den anderen Feldern bist du schon fertig Tür wieder schön auf ist nämlich ganz schön warm hier ich weiß gar nicht ob es hier überhaupt nötig ist zu striegeln ja ich fahr da jetzt nicht ganz drüber ich fahr halt nur da wo es auch was bringt ansonsten dauert das ein bisschen lange und zu langes Video ist auch nicht schön 0 0 0 0 Das war jetzt noch einst so ein Mal da in der Wegekült, das dieses Mal das Schiebeschild, das steht dann schon. guckt leute was das hier für ein schöner kleiner kompakter trecker ist mit 100 ps das ist einfach schon schön und wenn ihr wollt dann könnt ihr auch gerne eure lieblingsmarke in die Kommentare schreiben und ja also das Radio soll jetzt auch nicht Werbung seines Zeit weil ich halt Musik es ist nicht unbedingt jetzt die beste Musik aber die Musik geht schon Tür wieder auf 30 Grad das ist bisschen warm so 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 also ich bin gleich fertig Ich. Das war's für heute. Das sieht schon gut verdichtet aus, finde ich, bei dir. Aber ich muss mal gucken, aber eigentlich könnte hier noch mehr hin, oder? Ich glaube, die Waage funktioniert nicht so, weil 5 Tonnen wiegt der und dann der Radlader weniger, das macht keinen Sinn. So, Kapitel auch zu, ja, ist mir auch gerade aufgefallen, oh, falscher Trecker, oh, ui, der Schwader ist ganz schön gequetscht. Ich ändere das mal ein bisschen um. Ja, ich bin von meiner Seite auch fertig. Ich würde sagen, lass ein Abo und ein Like da, wie Luca eben schon gesagt hat. Und dann bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.